hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge vom fernbus simulator ja wir stehen immer noch hier in köln an der ampel rum hoffen auf grün und bestaunen gerade das bild wieder die polizei in der auf der kreuzung rum steht und mal den ganzen verkehr blockiert das lasst ihr doch hoffentlich bitte in die lücke dass ich da durchpasst du bist doch eine blöde nuss du bist doch eine blöde nuss ja hallo meine herren erst fährt er erst bleibt er stehen und dann wenn wir da durchfallen fährt die blöde nudel los ich glaub's ja nicht ist das die richtige richtung ja ist es für die löcher in der straße kann ich nichts die habe ich da nicht rein gemacht jetzt schauen wir mal wie weit wir in dieser folge kommen ob wir es bis nach osnabrück schaffen in der letzten war das ja leider beim besten willen nicht möglich und wenn diese ampel hopserei hier nicht aufhört schaffen muss wahrscheinlich in dieser folge auch nicht aus köln raus es ist grün warum fahren die nicht einfach ah das war der mond dieses komische etwas das man da eben gesehen hat er war es tatsächlich aus welchem grund genau fährst du jetzt so langsam jetzt beschleunigt die nudel entschuldigung ein kleiner nieser wir müssen darunter das ist natürlich so wie man es nicht machen sollte einmal quer von links nach rechts hallo gibt es irgendeinen grund dass ihr da anhaltet so wenn ich jetzt wüsste wo ich hin muss nach frankfurt eher nicht das nagel wäre eine große hilfe wenn es schon mal zumindest die spur anzeigen würde in der ich mich einsortieren sollte nicht immer mal gleich alle zur verfügung stellt jetzt habe ich mein kaffee verschüttet ich hoffe du machst den sitz wieder sauber oder genau das ist ich weiß auch nicht Habt ihr sie noch alle? Das nennt man Provozieren eines Unfalls, was jeder macht. Kann doch nicht einfach mal eben, einfach mal eben hier runter bremsen auf Null. Die sind doch nicht ganz dicht. Einfach fahren, die Herren. Sorry, aber auf der Autobahn anhalten, um den Verkehr reinzulassen. Fährt er mir jetzt einfach in die Karre, die blöde Nuss? Ich fasse es ja nicht. Ist ja nicht so, dass ich nicht schon weit neben ihm gewesen bin. Also, es gab ja nicht mal eine Lücke, wo er reinfahren konnte. Außer er wollte meinen Gepäckfächern mitfahren. Upsa. Entschuldigung. Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Bitte den Sitz auch wieder sauber machen. Mann. Kinders, wie fahrt ihr denn? Achtzig darf man hier eigentlich. Alle, die noch keinen Führerschein haben, bitte nicht nachmachen, was ich hier gerade gemacht habe. Slavenfahren ist nämlich nicht erlaubt. Was der da macht, auch nicht. Wenn mich nicht alles täuscht, schneit das. Hoppla. Sich das vom Fahrverhalten her irgendwie äußert. Wird es rutschig? Noch 214 Kilometer. Ein bisschen Glück schaffen wir das in dieser Folge. Es hängt ja sofort davon ab, wie sich der Verkehr hier verhält. Bis jetzt haben die sich ja nicht gerade durch wirklich vorbildliche Fahrweise gezeigt. Sie haben bisher keine wirklich vorbildliche Fahrweise gezeigt. Da hinzu kommt halt immer. Es ist tatsächlich Schnee. Es ist alles weiß da rechts. Cool. Und sie haben zwar für diese Woche irgendwas um die 30 Grad nochmal angekündigt. Wir fahren natürlich eine Schneelandschaft, das hat doch was. Jetzt können wir mal gucken, was für eine Fahrzeit wir eigentlich haben. Okay. Hoppla. So kann ich das so auch sehen. Ah ja, so geht auch. Ist besser. Und vor uns der Mond. Und wenn man so schön über die Autobahn rollen kann, das hat was. Jetzt müssen wir nur unseren Weg durch diese Automassen finden. Was sollen diese Schlangenlinien? Ich überhole. Also die Nachtlandschaft ist schon herrlich. Gefällt mir. So die Bäume in dem Licht oder in dem Mondlicht. Schon schön. Ich glaube das Schild hat gerade gesagt, Lkw, Busse und Fahrzeuge mit Anhänger dürfen nur 80. Aber solange mein Navi das nicht interessiert, interessiert mich das in diesem Fall auch nicht. Navi hat immer recht. Zumindest im Spiel. In der Realität sollte man sich da nicht ganz so drauf verlassen. Da gelten dann doch eher die Schilder. Ich weiß, sie wurde angekündigt. Wir machen mal lieber hier unsere Mittelspur wieder auf. Und wobei die rechte Spur hier jetzt mal relativ breit ist. Da kann ich sogar regelkonform rechts fahren. So, müssen wir mal schauen. Dann müssen wir auf die Spur sogar. Elegant durchgefädelt. Oh, wir dürfen nur 80. Haben Sie es so eilig? Ja. Sonst meckert er wieder. So meckert ihr auch aber. Jetzt kommt nämlich hier die Auffahrt und das wird dann immer spannend. Ich hoffe es ist keiner vor uns, der meint eine Vollbremsung hinlegen zu müssen. Bloß weil da irgendwo ganz rechts jemand einfädeln will. Er macht es genauso wie ich. Überholt einfach mal rechts. Hat sich in diesem Spiel bewährt, das Prinzip. Da die KI leider nicht selbstständig die Fahrspuren wechselt. Was wahrscheinlich nach dem Verhalten, was sie bisher so zeigte und nur dazu führen würde, dass sie erstmal eine Vollbremsung hinlegt und dann mit 10 kmh die Fahrspur zu wechseln. Kann man eigentlich auch nur rechts überholen. Wenn man nicht Gefahr laufen will, hinter den LKWs und sonstigen 80 kmh fahrenden hinterher zu schleichen. Oh, da parkt er mal eben. Ohne Warmblinganlage. Kann man mal machen. Da ist die Fahrspur gesperrt. Das interessiert keinen. Hier gilt 80 kmh. Das interessiert auch keinen. Die Schädelbrücke hat sich bewährt. Und noch 105 kmh. Das könnten wir sogar in der Folge schaffen. Hat die vielleicht ein bisschen Überlänge, aber dann haben wir wenigstens wieder einen vernünftigen Pausenpunkt. Das hat sich ja eigentlich ganz gut bewährt, dass man an der Haltestelle dann jeweils auch eine neue Folge beginnen lässt. War jetzt in der letzten leider nicht möglich, da ich ja irgendwo in Köln festgesteckt bin. Was ist das hier für ein Fluss neben uns? Oder ist das ein großer See? Ich bin da jetzt gerade etwas überfragt. Ein See kann es eigentlich nicht sein. Müsste also ein Fluss sein. Oder es sind weiße Felder. Das kann natürlich auch sein. Schneelandschaft. Stichwort. Ja, ich weiß, es hat 30 Grad oder mehr. Aber hier im Spiel sind wir Ende November unterwegs. Bei Nacht. Vollmondnacht. Wir könnten mal Rast machen, aber A ist es zu früh. Sowohl im Spiel als auch von der realen Zeit her. Jetzt habe ich das Auto mit dem Bus wieder ausgemacht. Eigentlich wollte ich blinken. Das ist aber nett, der hinter uns hält an. Das war eigentlich lebensgefährlich. In Realität hat man da nämlich ganz schnell einen Lkw im Kofferraum hängen. Die sind ganz wahrscheinlich nicht nur im Kofferraum, sondern irgendwo auf den Vorder sitzen. Rasen Sie eigentlich immer so? Ich fahre 65, meine Liebe. Das ist jetzt kaum als Raserei zu bezeichnen. Schauen wir, wie lange die Baustelle geht. Ah, da ist sie ja schon zu Ende. Sehr schön. Und es ist wenig los. Das ist auch sehr schön. Und jetzt mit der Vollmondnacht ist es sogar relativ hell. Ich staune. So ist eigentlich ganz angenehm zu fahren. Man sieht genug. Selbst wenn ich jetzt mal das Licht ausmache, es geht. Osnabrück. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich dann rechts runter. Schauen, ob das Navi der gleichen Meinung ist. Ja, ist es. Warum die da wieder so schleichen? Ist das so schwer, gerade zu fahren? Ja, weil da war eine Kurve. Wenn ich gerade fahre, in einer Kurve, dann können sie sich ausrechnen, was dabei rauskommt. Nichts Gutes auf jeden Fall. Es wäre natürlich schön, wenn jetzt der Busbahnhof in Nähe der Autobahn liegt. Boah. Was macht der da? Oh, Autobahnende. Weil dann haben wir wenig Strecke über Land, das ist gut. Und noch weniger Strecke in der Stadt, das ist noch besser. Entsprechend schnell sind wir dann nämlich auch wieder am Ziel. Ups. Darum soll man sich also anschnallen. Ja, genau. Es hat nicht ganz gepasst. Aber zum Glück stört das ja ansonsten in dem Spiel hier keinen. Komisches Flackern da manchmal. Mal aber. Fahr mal eben nicht noch mal rein, hoffe ich. Irgendwann könnte er das unlustig finden. Und auf die Bewertung ist das auch eher, wirkt das eher negativ aus. So, noch 14 Kilometerchen und dann haben wir es geschafft und das passt dann auch gut in diese Folge. Danke. Sehr schön. Wann sind wir eigentlich in Wilhelmshaven? Um 2 Uhr 13. Okay. Dann haben wir ja noch ein bisschen vor uns. Und endlich wird es grün. Juhi, Juhai. Jetzt hoffe ich nur, dass wir nicht gleich links abbiegen müssen. Dann haben wir nämlich ganz schnell ein Problem. Das nennt sich LKW, der neben uns fährt. Und das ist das noch nicht ganz schnell. Da müssen wir geradeaus. Das ist schön, die anderen nämlich alle nicht. Hier sollten wir uns eher links einordnen. Ein Freiburger Taxi in Osnabrück. Wow! Wer hat sich denn die Fahrt geleistet? Wenn ich jetzt wüsste, wo wir hinmüssen, würde ich mich richtig einordnen. Leider weiß ich es nicht. Oh, da vorne verengt sich. Da wird eine Spur draus. Gut. Das heißt, wir müssen da rüber. Und du bremst jetzt nicht ab, du Nuss. Hallo? Das ist Nötigung, was der da macht. Das Fahrverhalten der KI hier ist wirklich absolut grenzwertig manchmal. Meins auch, muss ich zugeben. Teils aber auch wirklich bedingt durch die umliegenden oder durch die anderen Autofahrer hier. So, wir haben erstmal unser erstes Etappenziel erreicht. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen und ihr seid auch morgen wieder dabei, wenn wir unsere Fahrt in Richtung Wilhelmshaven fortsetzen. In diesem Sinne, tschüss, bis morgen.